Sie haben auf eine zweite Chance gewartet. Darauf, dass ihr Land sie wieder brauchen würde. Die Geduld zahlt sich jetzt mir aus. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast Nummer 520. Mit mir in der Leitung ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris ist auch mit da. Hallo Chris. Hallo. Meine Wenigkeit, der Erik ist auch da, wie ihr schon gehört habt. Und wir haben wieder ein paar Filme für euch. Das übliche Programm halt. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir beginnen erstmal mit der Sneak Preview, die wir jetzt hatten. Nämlich den Film Super Troopers 2 von Jay Chandrasekhar. Ein sehr langer, vermutlich indischer oder pakistanischer Name. Chandrasekhar. Hattet ihr Teil 1, hattet ihr den gesehen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hatte den gesehen gehabt. Jetzt gucke ich mal in das alte Film-Gera-Forum rein. Unter film-gera.de Das ist ja ewig her. Ich gucke mal ganz kurz. Ich glaube, wir hatten den damals. Also ich kann mich erinnern, den gesehen zu haben. Aktiv im Kino habe ich den nicht gesehen und zu Hause auch nicht. Also ich glaube, wir hatten den in der Sneak. Ich kann ja mal, ich könnte ja auch mal. Der ist halt von 2001 oder sowas. Ja, das könnte hinkommen, dass wir den damals in Gera hatten. Also 2002 dann irgendwie sowas und den drehen muss. Jedenfalls in Super Troopers 2 geht es darum, dass erstmal so eine Art, die Leute werden alle irgendwie wieder eingesammelt, die vom ersten Teil und werden auf eine Mission geschickt in das Grenzgebiet von Kanada, weil offensichtlich gibt es da wohl so ein paar Themen, dass irgendjemand so Grenzsteine versetzt hat bei Vermessungen und die Grenzsteine sollen wieder berichtigt werden, was zur Folge hat, dass ein Gebiet der USA zufällt, was momentan kanadisches Hoheitsgebiet ist. Und es handelt sich da um so einen kleinen Ort mitten im Nirgendwo. Und um dort die Leute schon mal ein bisschen einzunorden, die da sind, sollen natürlich nun in Anführungszeichen die Besten der Besten der Besten hingeschickt werden. Unsere Super Troopers, State Trooper, die sollen da hingeschickt werden, um quasi da schon mal ein bisschen für amerikanisches Recht und Ordnung zu sorgen, dass die Leute schon mal einen gewissen Geschmack bekommen, was dann demnächst zu folgen hat. Und die Übergabe quasi von den kanadischen Mounties, heißen die, glaube ich, diese in Rot immer, oder? Ja. Ja. Von diesen kanadischen Mounties da zu den US-State Troopern. Das bringt natürlich zum einen jede Menge Witze mit Kanada mit sich und zum anderen entdecken sie aber durch Zufall so Waffenverstecke, die so am Wegesrand relativ schlecht getarnt sind. Oder irgendwo untergebracht sind. Und Schluss folgern dann daraus, dass hier wohl was Größeres da, eine größere Operation am Werk ist. Denn offensichtlich will jemand quasi die Waffen ins Land schmuggeln in die USA, ohne die großartig über die Grenze zu bewegen, weil dadurch, dass dieses Grenzgebiet demnächst USA zufallen wird, wäre das dann ja automatisch passiert. Und jetzt versuchen sie zu ermitteln, wer steckt dahinter und ja, wie kann man... Und die sind natürlich trotteliger, stellen sich da übelst trottelig an. Also schlimmer geht's ja fast gar nicht. Und sie müssen dann immer irgendwelche Missionen dann erfüllen, auch mal irgendwie auf einer Landstraße irgendwelche Autos kontrollieren und sonst was alles. Und das alles ist immer auf eine furchtbare Art und Weise. Und parallel ermitteln sie dann immer noch in diesem großen Waffenschieberfall. Wie hat uns das gefallen, Chris? Außer den Eishockey-Referenzen. Du meinst die 30 Sekunden Eishockey, die 30 Sekunden nackte Frauenhaut. Dass das Verwenden eines männlichen Geschlechtsteils als Boxsack... Ja, es war vom Niveau her überschaubar. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mein Gesicht mehr in meiner Hand vergraben hatte während dem Film, als dass ich wirklich auf die Leinwand geguckt habe. Ja, es war... Selten dämlich wäre ein echt netter Ausdruck dafür. Aber ich glaube, selten dämlich trifft es ganz gut. Er hatte seine Momente, der Film, aber er war größtenteils wirklich zum Schämen. Da hat einer geschrieben, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Obwohl Super Troopers 2 noch weniger lustiger ist als sein Vorgänger, wird er gut zu den Zuschauern passen, die sich gerade in der richtigen Stimmung dafür befinden. Tja, aber welche Stimmung sollte es denn gerade sein, in der man sich da befinden muss, um das lustig zu finden? Also das sind, ich weiß nicht, das ist so ein Peneler-Humor, da teilweise mit allem möglichen Pipi-Kacka und sonst was. Der hatte zwischendrin mal ein paar ganz nette Szenen, ein paar coole, wo sie dann die Drogen ausprobieren, so nach dem Motto, ja wir haben jetzt hier Drogen gefunden, wir wissen aber jetzt nicht genau, was das ist, aber zum Labor wird es irgendwie zu lange dauern und da gibt es so eine Zuständigkeits-Hick-Hack, jetzt probieren wir die einfach selber mal aus, um zu sehen, was es ist. Das fand ich ja noch ganz nett, dann die Reaktionen, vor allem der eine dann, den ich jetzt nicht spoilern will, was der da für eine Reaktion gezeigt hat. Ja, aber war halt irgendwie zu wenig, der Rest war halt alles. Und ich glaube, ich habe mir auch den englischen Trailer jetzt mal angeschaut, ich glaube, es war auch sehr viel Lost in Translation, weil gerade diese, wenn die dann so versucht haben, so Französisch zu sprechen und, weiß nicht, irgendwie so mit amerikanischem Akzent, das haben sie ja irgendwie, klang irgendwie ganz, ganz furchtbar im Film. Ja. Fast so ein bisschen damals wie bei Ali G in The House, wo sie versucht haben, hier diese ganzen hier Ping-Pong-Ponani und sonst was da, alles irgendwie zu übertragen ins Deutsche, was halt irgendwie nicht funktioniert hat. Nee, im Vorgespräch hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, ich habe so einen Link gefunden, den werde ich mal mit in die Shownotes setzen. Das ist von dem Regisseur, von dem, na nee, ich nenne jetzt nicht den Namen nochmal, bin ich schon dreimal drüber gestolpert. Der Artikel heißt so sinngemäß, warum wir den Teil 2 überhaupt gedreht haben. Und der beschreibt auch mit drin, wie der Teil 1 damals zustande gekommen ist. Und was ich gar nicht wusste, dass es ja wirklich so eine ganz kleine, ambitionierte Produktion war, die mit ganz, ganz wenig Geld da versucht hat, das auf die Beine zu stellen. Und auch dieser zweite Teil, mit dem sie da wirklich klingeln gegangen sind, klingeln gebutzt haben bei den Studios. Und die sagen aber alle, nee, wir wollen hier nur eine 100 Millionen Dollar Komödie mit Will Ferrell oder irgendwas haben. Also richtig big, große Produktion. Ja, go big or go home. Weil wir produzieren jetzt nur noch Filme, die wirklich einen nennenswerten Ausschlag auf dem Aktienkurs geben können, wenn sie da ihr Einspielergebnis bringen. Ja, und nicht mehr solche kleinen Filme. Und auch diese, selbst diese sogenannten kleineren Independent-Produktionen, da hatten sie wiederum das Problem gehabt, dass deren Skript und deren Idee vom Film zu kommerziell war. Da saßen sie halt genau zwischen zwei Stühlen. Die einen, die Indie, die wollten sie nicht, weil sie zu kommerziell waren. Und die großen Studios haben gesagt, ihr seid viel zu klein, ihr seid viel zu Indie, wir wollen euch nicht. Und das ist sehr gut beschrieben in diesem, auch dieser ganze Hollywood-Hickhack. Selbst den einen kannten sie sogar. Aber der hat ihnen da wirklich das reinen Wein eingeschenkt. Und ich verlinke es mal mit, sie haben dann letzten Endes den Super Troopers 2 über Crowdfunding, über Indiegogo finanziert. Und zwar zum ersten Mal haben sie das so finanziert, dass quasi in dem Funding eine Kinokarte enthalten war. Denn der Regisseur hatte gesagt, ja, das ist irgendwie scheiße, wenn die Leute einen Film fanden und dann müssen sie trotzdem nochmal extra bezahlen, wenn sie den Film dann im Kino sehen wollen. Hat er ja vollkommen recht. Also ich habe ja zum Beispiel hier Wish You Were Here von Zach Braff hatte ich ja mitfinanziert gehabt. Ich auch, ja. Und musste dann trotzdem nochmal Geld bezahlen, um den im Kino zu sehen. Das war irgendwie ein bisschen... Ja, aber da hast du was falsch gemacht. Ja gut, wenn man natürlich im Kino angestellt ist und da immer die... Nein, 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 damit hängt es nicht zusammen. Es gab ein Online-Screening für den Film. Ach, stimmt. Ja, das wollte ich mir nicht angucken da. Ja. Nee, das ging irgendwie nicht. Das war doch zu einer bestimmten Zeit. Irgendwas war da. Ja, aber die Möglichkeit war da. Aber irgendwas ging da nicht. Und online, ey, wenn ich einen Kinofilm... Wenn ich einen Kinofilm ko-fande, dann will ich den im Kino sehen. Naja. Also Super Troopers 2, trotz der netten Geschichte, die sich jetzt mir aufgetan hat, ich gebe dem Film nur drei Punkte. Der ist einfach... Ja, du musst wahrscheinlich auf diese Art von Comedy stehen und wer das tut, ja, der findet hier genau sein Ding, aber bei wem das nicht den Nerv trifft, der halt nicht. Ja, mich hat es auch nicht abgeholt. Ich bin auch genau bei drei Punkten wie du. Ja. War, ja. Nicht meins. Nicht meine Welt. Ja, und eure Sneak-Hohheit, Star-Lord, Thanos, wie sieht es denn aus mit dem Tipp für morgen? Der Tipp für den nächsten Sneak, das wäre dann Sneak Nummer 953, 11.06. findet die statt. Und der Tipp ist relativ simpel, der heißt nämlich nur Dennys Schwester. Und ist da schon was eingegangen, Kate? Ja, ganz genau, ein Tipp. Und ich glaube, dass es auch bei diesem einen Tipp bleibt, denn es wurde getippt, Ocean's Eight. Ja. Da gibt es noch einen zweiten Tipp. Da gibt es noch einen zweiten Tipp, bei mir liegt kein zweiter Tipp. Hallo. Echt? Gibt es da einen zweiten Tipp? Bei mir wird nichts geladen. Jetzt zeigt es bei mir noch einen an. Hereditary. 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 Aber was das damit zu tun haben soll, weiß ich nicht. Ich glaube auch, also ich habe mit Fabi gesprochen, wir haben überlegt und ja, da kamen da so Vorschläge von den beiden und ich dann so, nee, das muss irgendwas mit Danny, da gibt es irgendeine bekannte Filmrolle mit Danny, irgendwas, Danny. Und dann hat irgendjemand gesagt, Danny Ocean. Und dann habe ich gedacht, ah okay, da ist der neue Oceans Film, aber halt mit Frauen. Und als ich dann den Tipp gelesen habe von der Kathy, die hier im Forum, in der Facebook getippt hat, dann, das war ja quasi schon während unserer Vorstellung, hat die das schon getippt gehabt, also als ich zu Hause war, stand es schon drin, da habe ich gedacht, okay, da brauche ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken weitermachen, weil ich glaube, ich habe nichts hinzuzufügen, also ich glaube, das ist auch mein Tipp. Ja. Also Ocean's 8, quasi das Frauen-Remake von Ocean's 11, schauen wir mal, was uns da erwartet. In OV, ist ja erstmal nicht schlecht. In OV, das ist schon mal ganz gut, ja. Das ist schon mal ganz gut, ja. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe jetzt inzwischen Solo ja nochmal gesehen und auf Deutsch und ich fand ihn auf Deutsch, fand ich ihn jetzt besser, weil ich habe dann doch ein paar Sachen im Kino falsch verstanden gehabt wohl und falsch aufgeschnappt. Deswegen fand ich ihn jetzt auf Deutsch wirklich bedeutend besser. Trotzdem ist die erste Hälfte immer noch Müll und die zweite ist besser. Ja, ich glaube, speziell der düstere erste Teil, wo man ganz bewusst, wenn du immer darauf achtest, man sieht ja nichts im Detail, im Hintergrund. Also ich glaube, das kommt alles irgendwie aus dem Computer und wurde auf die Schnelle irgendwie im Greenscreen gedreht. Das sind bestimmt welche von diesen Szenen, die danach gedreht wurden von Ron Howard, um das irgendwie ein bisschen düsterer zu machen. Ich hatte aber auch die Diskussion mit meiner Kollegin, weil die ist reingegangen und hat ihn auf Deutsch gesehen. War ziemlich angetan davon, von dem Film. Und sie meinte dann, ja, du hast den OV gesehen, da ist er bestimmt noch besser. Bei dem weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich habe gelesen, dass im Deutschen hat man wohl eine sehr ähnliche Synchronstimme wie Harrison Ford genommen, also wie Harrison Ford in Jung, sodass man eigentlich irgendwie noch schneller sich mit der Person verbunden fühlt. Das ist aber auch wirklich Fakt und das hat auch wirklich geholfen. Also, mir hat wirklich geholfen. Nur mal so. Also fand ich gut. Wertest du ja jetzt den Film auf? Deiner Wert? Nee. Soweit ist noch nicht, aber es hat mich bestätigt. Vor allem auch die beiden Aussagen. Ich war ja mit zwei drin, die ihn noch nicht gesehen haben. Und da war auch, das Ende hat Fragen aufgeworfen, in welcher Timeline spielt das wo, muss man erstmal nachgucken. Und erste Hälfte war nicht so, zweite Hälfte war besser. Also genau das, was ich auch gesagt habe. Das fand ich schön. Ich habe mich bestätigt gefühlt. Okay. Okay, dann schauen wir mal in die Richtung Heimkino. Weil sonst hat man ja, glaube ich, keine Kino... Wart ihr eigentlich nochmal in dem... Also das war Solo jetzt, wo ihr wart nochmal im Kino? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Ich habe im Heimkino mal einen Film geschaut. Da hatte ich ja ein bisschen damals auf die Sneak gehofft. Der lief ja irgendwann, ich glaube Dezember, Januar oder so lief der im Kino. Und den gab es jetzt mal auf Amazon Prime zum Ausleihen. Und da habe ich mir den mal geklickt, weil irgendwie nichts anderes da war. Und der heißt voll verschleiert. Im Original Chaché-le-Femme. Und den wollte ich damals irgendwie sehen, weil da geht es darum, dass sich irgendwie ein junger Mann verschleiert, um mit seiner Freundin zusammen sein zu können, weil ihr Bruder wohl so ein streng Gläubiger ist und so. Und das fand ich irgendwie ein bisschen spannender in diesem Pariser Vorort, in diesem Bernlieu, wie die dann damit klarkommen und so. Und ja, es geht halt darum, dass so eine junge Frau, die hat einen Freund, der, ich glaube sie studiert auch noch irgendwie an der französischen Pariser Universität. Und ihr Bruder kommt aus dem Jemen zurück und ist dort offensichtlich irgendwie radikalisiert worden, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber es ist zumindest sehr streng gläubiger Moslem geworden. Und er beginnt nun alles in Frage zu stellen. Seine Schwester, die hatte einen total westlichen Lebensstil und trifft sich halt mit ihrem Freund ganz offen. Und er fängt dann auch an, ihren jüngeren Bruder will er jetzt auch in die Richtung erziehen. Und der ist noch nicht ganz so gefestigt. Er lässt da einiges mit sich machen und er soll dann auch sogar in den Jemen geschickt werden, in so ein Camp von den Salafisten oder so. Und das findet sie natürlich alles nicht ganz so toll. Und sie finden natürlich auch nicht toll, dass ihr Freund sie nicht mehr besuchen darf. Und er kommt dann irgendwann mal auf die Idee, sich eben so zu verschleiern mit so einem kompletten Teil, wo nur so die Augen rausgucken. Das Problem... Hä? Nee, die nennen das anders. Okay. Entschuldigung. Die nennen das anders in dem Film. Ich wollte es mir eigentlich merken, ich habe es vergessen. Jedenfalls trifft er sie dann auch ein paar Mal. Also sie, in Anführungszeichen, sie sagt ihrem Bruder, sie will der Schwester helfen bei diversen Sachen für die Uni, zum Lernen und so weiter. Und er lässt es dann zu und dann lernen sie immer hinter verschlossene Türen, in Anführungszeichen, lernen, ja. Und der Bruder will sich aber immer, er will immer ein Update haben, was nun so gelaufen ist und unterhält sich mit der Frau, in Anführungszeichen, ja. Und fängt dann an, sich in diese Person zu verlieben. Und das ist dann eine gewisse problematische Situation, die dann vor sich hinkocht, weil sie ist natürlich, oder sie in Anführungszeichen, sie ist natürlich sehr spröde, sehr abweisend. Und er deutet das eben als eine sehr gottesfürchtige Lebensweise, dass sie sich eben so überhaupt nicht so irgendwelchen Sachen hingibt und überhaupt nicht nahe kommt. Und das macht ihn nur noch schärfer und so. Und ja, das steigert sich dann noch immer weiter und ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt verraten darf. Also es sind sehr viele Szenen auch in der Richtung, die, ja, wo wir einfach mal ein bisschen drüber zum Nachdenken anregen, über diese ganzen Religionssachen, was man so übernimmt und was man vielleicht, ja, die Freiheit der Religion, was man so ausleben sollte und wo man vielleicht doch Grenzen setzen sollte, was vielleicht doch keinen Sinn macht. Und ansonsten ist aber trotzdem eine ganz lustige Komödie mit ein paar, ja, natürlich auch Slapstick-Sachen und natürlich gibt es dann wieder so einen riesen, so typisch französische Komödie, so ein riesen Ding, wo alle irgendwie zusammen noch alle gleichzeitig irgendwo, jeder muss irgendwo hin und irgendwas machen und das ist dann immer ein bisschen, das mag ich immer nicht ganz so. Ähm, ja, es ist, ja, ganz, ganz nett gewesen. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, so gerade bei dem Thema, aber, ja, ich gebe dem, na, sag mal, sechs, sechs von zehn gebe ich mal, ja. Das ist okay, wenn ihr das mal irgendwo mitnehmen könnt auf Sky oder sowas, also nicht, nicht extra jetzt dafür bezahlen, wie ich hier diese Leihgebühr, aber kann man mal gucken, ist eine ganz nette Idee, aber, ja, mehr auch nicht, voll verschleiert. Ähm, bei anderen lief der ja sogar in der Sneak. Habt ihr schon mal von dem Film gehört? Nee. Ja, ich habe einen Trailer gesehen. Ah, und? Trailer wirkt lustiger, ne? Ich dachte, mich aber... Ja, der wirkt ganz lustig, aber ich hätte jetzt nicht Lust, den anzugucken. Gab's aber ein paar nette Einstellungen von Paris und so, das hat sich schon für mich dahingehend gelohnt. So, jetzt werfen wir mal einen Blick in die Charts und in die Neustarts hier in Stuttgart, mal gucken, was da so uns erwartet in der nächsten Woche. Also, in den Charts. Platz 10 ist Tully, Platz 9, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Platz 8, I Feel Pretty, Platz 7, Liliane Susewind, Platz 6, Luis und die Aliens, Platz 5, letztendlich sind wir dem Universum, egal. Kam übrigens letztens meine Tochter an. Oh, ich habe da einen Trailer gesehen, das sieht schön aus, den will ich sehen. Kommst du mit? Ich so, oh, nee. Entschuldigung. Ich habe den schon gesehen, habe ich gesagt, das hat mir nicht so ganz so gefallen. Habe ich gesagt, geh doch lieber in den Love, Simon. Apropos, gibt es da eigentlich hier, geht ihr da mit der Schule? Am kommenden Donnerstag, den, was ist das, der 14.06. ist die Regerealschule tatsächlich in Love, Simon. Cool. Wir werden wohl mit, lass mich kurz überschlagen, 5 oder 6 von maximal 9 Klassen dort aufschlagen. Liebe, liebe, viele liebe Grüße an die Silke an dieser Stelle, die da wirklich auch sehr viel in Bewegung gesetzt hat. Und jetzt mal gucken, vielleicht kriegen wir sogar noch ein kleines Goodie obendrauf, will ich jetzt noch nicht verraten. Und ja, ich soll bis Mittwoch ungefähr die grobe Teilnehmerzahl haben, damit das Kino planen kann. Wir gehen natürlich in die Innenstadtkinos, ich kann mich danach wahrscheinlich doch nicht mehr blicken lassen. Ja, genau, aber wie gesagt, meine Kollegen, die ich überzeugen konnte, freuen sich auch sehr drauf. Schulleitung ist absolut begeistert von der Aktion. Und ja, deswegen nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Jetzt schon mal, bevor es schon stattgefunden hat. Und ich denke im nächsten Kinocast dann nochmal mehr. Ja, genau, Silke, treue Hörerin von uns, auch wenn wir nicht alle Filme, die ihr Filmverleih rausgibt, in alle Höhen loben, aber wir sind halt einfach realistisch. Also wir reden da so wie es ist. Wir sind halt ehrlich. Genau, wir sind halt ehrlich, hilft ja nichts. Ja, unsere Meinung kann man nicht kaufen, falls ihr doch mal Interesse habt, das zu machen. Am besten Bitcoin. Wir blenden jetzt an dieser Stelle kurz die Kontodaten ein. So, jetzt nur ein Spot. Platz 4, Avengers 3, Infinity War. Platz 3, Jurassic World, das gefallene Königreich. Platz 2 ist Deadpool 2. Und Platz 1 ist Solo, Star Wars Story. Ja, das war es mit den Charts hier in Stuttgart. Aber wenn ihr dann quasi ein Kinosaal füllt mit Love, Simon, da, ich glaube, dann werden wir vielleicht Love, Simon nochmal in den Charts sehen oder so. Je nachdem, wie viele andere Filme einspielen in der Woche. Am 14.06. laufen hier in Stuttgart folgende Filme an. Hereditary, du konntest das vorhin, Hereditary, das Vermächtnis, das Regie-Debüt von Ari Aster, definiert das Horror-Genre neu und erzählt eine Familiengeschichte voll psychischen Terror und übernatürlichen Ereignissen. Ach du meine Güte. Overboard, das Remake von Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser. Den hatten wir am Montag auch in der Sneak. Jo, in der anderen. Genau. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Die Doku von Wim Wenders, wo die Presseabteilung von dem Film, die hat mich sowas von penetriert mit diesen E-Mails da von, ich habe ständig irgendwas mit Papst Franziskus gekriegt hier oder irgendwie, weil Wim Wenders, der war irgendwie ständig unterwegs. Jetzt läuft der Film endlich an, jetzt kehrt hoffentlich Ruhe ein, bis die DVD rauskommt. Das ist erst der Anfang. Action-Action-Komödie mit Morgan Freeman, Tommy Lee Jones und René Rosso um den Hahnenkampf zweier Rentner, die unvermittelt mit der Mafia konfrontiert werden. Oh Gott. Die brillante Mademoiselle Nela, eine französische Culture-Clash-Komödie um eine arabischstämmige Studentin aus dem Barne-Lieu, die Rhetorikunterricht bei einem rassistischen Professor nehmen muss. Harte Kost. Vom Ende einer Geschichte, in der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Julian Barnes, wird ein Mann am Ende seines Lebens durch einen Brief zurück in seine Vergangenheit katapultiert, mit Jim Broadbent und Matthew Goode. So, was haben wir hier noch? Der läuft nicht, der läuft auch nicht. Der läuft nicht, nee, doch, das, der läuft. Und Lost in the Living, Drama von Regisseur Robert Manson über den Abstieg eines jungen irischen Musikers, der in Berlin strandet und droht, sich selbst in der Stadt zu verlieren. So was. Gut, das waren die Filmstarts und die Charts, aber es gibt ja nicht nur Kinosachen, es gibt ja auch Serien. Serien. Na, die Kate, was ganz, ganz Neues geschaut, von dem ich noch gar nichts gehört habe. Ja, ich habe angefangen heute mit der ersten Folge einer Film-Teiligen, Film-Evision für eine Serie, und zwar Marvel's Cloak & Dagger. Also, worum geht es? Ein junges Mädchen namens Tandy und ein junger Mann namens Tyron. Am Anfang, also am Anfang der ersten Folge sind sie noch Kinder. Sie ist, kommt aus reichem Hause, ist, geht zum Verletzunterricht und, ja, Papa holt sie immer wieder Limousine ab und solche Späße. Und Tyron steht so ein bisschen im Schatten von seinem großen Bruder, der ist Basketballspieler, aber auch so ein bisschen kleinkriminell unterwegs. Er macht auch Leben in der Schule ziemlich viel Ärger und geht dann immer ein bisschen unter in der ganzen Familie, weil man sich halt immer um den großen Bruder kümmern muss. Und eines Nachts kommen mehrere Ereignisse zusammen und beide Kinder stürzen in einen, oder stürzen ins Meer. Ja, und dann passiert irgendwas, also irgendwo, ich glaube, eine Forschungsstation, die ein bisschen weiter draußen auf der Küste liegt, explodiert. Und während die beiden im Wasser sind und sie retten sich quasi, ohne es zu wissen, gegenseitig auf diesen Punkten und sind dann, stranden dann am Strand. Und sie wacht als erstes auf und rennt davon, weil sie total geschockiert ist. Und er wacht dann später auch auf und weiß aber auch nicht so genau, was passiert ist. So trennen die beiden sich quasi wieder. Und mehrere Jahre später, die beiden sind jetzt Teenager, treffen sie sich auf einer Party wieder. Und dieses Wiedersehen und diese neue Verbundenheit löst in den beiden Kräfte aus. Und zwar kann Tandy Lichtmesser erschaffen. Also wenn sie besonders Angst hat, also das fängt jetzt an, sie so zu entwickeln, kann sie in ihrer Hand ein Messer aus purem Licht formen. Und Tyron ist ziemlich ängstlich innerlich und kann quasi so eine Art Dunkelheit erschaffen. Er kann den Gegner oder dem, der ihm gegenübersteht, in komplette Dunkelheit hüllen und auch in andere Dimensionen katapultieren. Und deswegen nennt er sich auch Cloak, also wie so ein Schleier, den er so überlegen kann. Ein schwarzer Schleier. Und in dieser ersten Folge, wie gesagt, treffen die wieder aufeinander. Die ersten Kräfte kommen raus. Beide total schockiert, wissen gar nicht, was das miteinander zu tun hat. Wissen auch nicht, dass die beiden diese Verbundenheit, also der eine mit dem Licht und der andere mit dem Schatten, diese Verbundenheit haben und dass sie wahrscheinlich gemeinsam am stärksten sein werden. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Also wie gesagt, die erste Geschichte, die erste Folge erzählt hat von diesem, wie kam es dazu? Und die ersten aufkommenden Kräfte quasi. Ich glaube, die Serie ist eigentlich eher so für die Teenager ausgelegt. Also es sind halt Jugendliche an der Highschool, kämpfen mit ihren täglichen Problemen, mit den Eltern, mit den anderen Mitschülern. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich gucke jetzt mal weiter. Also ich fand es schon mal ganz interessant. Ich mag ja solche Teenie-Serien ganz gern. Und weil es halt auch aus der Hand von Marvel ist, werde ich auf jeden Fall weitergucken. Finde ich bis jetzt ganz lustig. Ich habe gerade den Trailer hier nebenbei ohne Ton laufen gehabt. Es sah wirklich ein bisschen sehr Teenie-mäßig aus. Disney-Channel-mäßig so. Weiß nicht. Aber vielleicht gucke ich mal rein. Wie sind denn so die, haben die irgendwie Fälle oder was? Oder kämpfen die gegen bösere? Also im Anfang ist es, also die Geschichte von den beiden wird erzählt. Denn beide haben einen relativ großen Absturz erlebt durch diesen Unfall an dem Strand und an dem Meer. Denn ihr Vater stürzt dabei. Der war auf dieser Forschungsplattform auch irgendwie involviert. Und er wird dann für diesen Unfall auch verantwortlich gemacht. Er stirbt dabei. Und alles sein, ganzes Haken gut lief halt auf die Firma. Das heißt, ihre Mutter stürzten ziemlich ab und wohnen dann in einem Trailerpark. Also von einem reichen Mädchen zu Armen. Und die Mutter stürzt auch relativ in Alkoholismus ab. Und bei ihm ist es so, dass bei dem Unfall sein Bruder stirbt. Und er jetzt versucht rauszufinden, wie das dazu gekommen ist, dass sein Bruder erschrocken wurde. Und wie das alles zusammenhängt. Und er kämpft halt mit seinem Teenager-Sein. Aber er ist eigentlich ein relativ angesehener junger Mann inzwischen in der Schule, weil er halt auch im Basketballteam ist. Und zum Team gehört. Und kennt sie ja in den USA. Wer die Teamjacke trägt, gehört zur Upper Cluster der Schule quasi. Also die beiden könnten gegensätzlich ja mittlerweile gar nicht mehr sein. Sie versucht auch ihr Leben so auf die Reihe zu kriegen, indem sie, sie kriegt ja kein Kaschengeld von ihrer Mutter. Die haben ja nichts mehr. Die Mutter verliert einen Job nach dem anderen, weil sie halt immer alkoholisiert zur Arbeit erscheint. Und dann sind natürlich immer die anderen schuld. Und sie muss sich ja irgendwas zu essen kaufen und so. Und deswegen raubt sie ein bisschen die Reicheren aus. Führt so einen Jungen, gibt ihm was in den Drink und räumt ihm dann die Bude leer. Und versucht es dann irgendwie über irgendwelche Leute zu verticken. So kriegt er halt so ein bisschen. Also sie wird quasi so ein bisschen zum Gangster, was er früher war. Und er ist jetzt quasi der Angesehene, was sie früher war mit ihrer Familie. Also bis jetzt ist es nur so, dass sie halt diese Kräfte entwickeln und sich anfangen gegen ihre Widersacher und gegen ihre Peiniger sozusagen zu wehren. Also sie haben jetzt noch nicht ein dynamisches Duo gebildet und fangen jetzt an, Bösewichte zu jagen. So weit sind wir noch nicht. Ob das noch kommt, weiß ich nicht. Aber eine Miniserie, was soll da noch kommen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gucken wir mal. Erstausstrahlung, deutsche Online-Premiere, 8.6. Amazon Prime. Also Miegelnagel neu. Das war ja gerade. Ach, Amazon Prime? Ach stimmt, das ist Amazon. Das ist gar nicht. Netflix, ich dachte, das ist Amazon. Netflix, Entschuldigung, das ist Amazon. Ja klar. Entschuldigung. Amazon Prime. Das ist jetzt ein bisschen überraschend, dass die solche Marvel-Sachen, oder? Obwohl, nee, die anderen, die hatten ja schon mal dieses, wie hieß das mit der, mit diesem Typ da. Das war doch auch Amazon, oder? Bring ich da gerade was durcheinander. Das war doch auch Marvel. Naja, egal. Meinst du Jessica Jones? Nee, nee. Na, das war auch Marvel, oder? Ja. Ja. Nee, da gab es doch mal irgend so eine, das war, genau, das war bei Amazon Prime, die haben doch manchmal so Tests, ne, wo so eine Handvoll Serienpiloten zeigen und wo dann die Leute entscheiden, ob es gut ist, oder mehr sehen. Und da war irgendwas dabei mit so einem, was sagt er, wie so ein Insekt, war das doch? The Tick. The Tick, genau. The Tick, ja. War das Marvel eigentlich auch? Ich glaube, The Tick ist nicht Marvel, ne. Nee. Ich habe es, also nicht, dass ich wüsste. Aber, gut. Die Marvel verkauft halt die Rechte an verschiedene. Naja, und du findest es aber gut, ja? Ich finde es jetzt, also ich finde es jetzt gut. Also ich werde jetzt, glaube ich, wenn wir Fansendungen fertig haben, werde ich weiter. Hatte ich die erste Folge schon gecatcht hier. Ach, ich fand die ist ganz interessant. Also auch, wie sie dann versucht, das wieder, ähm, wiederherzustellen. Also das erste Mal, dass sie eben dieses Messer geformt hat, war, als sie in größer Not und schwerer, ganz arg Angst hatte. Und sie versucht jetzt, diese, diese Kraft wiederzufinden, damit sie eben, ähm, wieder, mit sich wehren kann, gegen irgendjemanden, der ihr nahe kommt oder so. Weil sie ist verdammt hübsch. Und das sieht teilweise auch aus. Und, äh, ja. Mal gucken. Ich muss, wie gesagt, ich muss mal gucken, wie es weitergeht. Ich meine, in der ersten Folge ist schon was Dramatisches passiert. Ähm, ich hoffe mal, dass das weitere Folgen hat, weil sonst wäre es sehr unrealistisch. Ja, du bleibst dran. Okay, vielleicht gucke ich mal rein. Vielleicht gucke ich mal rein bei Amazon Prime. Oh Gott, lass es dir bitte sicher. Ja, das mache ich. Okay, jetzt gehen wir mal weiter in die Richtung vom Briefkasten. Gucken wir mal, was da so eingegangen ist. Ach nee, da ist ja gar nichts da, sehe ich hier. Ja, nicht ganz, obwohl, warte mal, ein, was ist doch. Macht trotzdem. Briefkasten. Ein, was kam trotzdem mal rein. Allerdings, ähm, hatte mich da jemand auf Twitter mal direkt angeschrieben. Und zwar, da seid ihr jetzt nicht vorbereitet drauf, deswegen braucht ihr auch nicht mitmachen. Gott. Aber vielleicht, ähm, ich habe mir heute früh beim Laufen da ein paar Gedanken drüber gemacht. Und zwar, wollt ihr ja wissen, äh, die Top 5 Filme für Breakups. Also, wenn, wenn irgendwie Beziehungen auseinander gehen. Derjenige steckt wohl gerade in so einer Phase. Und was man da gucken könnte. Und da gibt es ja nur verschiedene Arten des Herangehens. Gibt es ja einen, äh, dass man sich da in seinem Unglück badet oder irgendwie, dass irgendwas Hoffnung macht oder sowas. Ich habe dann mal versucht, was zusammenzustellen. Vielleicht habt ihr da auch jeweils eine Idee dazu. Ähm, ich würde sagen, Platz 5, French Kiss, falls ihn jemand kennt, mit Mc Ryan und Kevin Klein. Wo die nach Paris fährt, weil sie sich von ihrem, äh, was war das, Verlobten hier irgendwie, von dem irgendwie enttäuscht war oder sowas. Kennt ihr den Film? Nee. Und Ben ist ja schon lange her. Dann, auf Platz 4, hätte ich da einen Film, den kennt der Chris auf jeden Fall, nämlich Clerks. Da kommt ja auf jeden Fall eine, eine Trennung quasi drin vor. Okay. Okay. Und der ist sehr lustig. Den kann man eigentlich immer empfehlen. Da kommt eigentlich alles drin vor. Den kann man immer empfehlen. Wenn jemand einen Eishockey-Film sucht, Chris kann ja für das nächste Mal die Top 5 Filme mit Eishockey-Bezug. Marty Dax. Ähm, ja, bei Clerks. Lustiger, lustiger Film. Sollte man mal gesehen haben. Platz 3. Basierend auf einem hervorragenden Buch. Ein Film, der nicht ganz so gut ist wie das Buch, aber trotzdem ein ziemlich gutes Solo-Album. Nach dem Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre mit Matthias Schweighöfer, glaube ich, in der Hauptrolle. Ähm, auch cooler Film. Toller Soundtrack. Und da geht es natürlich wirklich darum, sich darin zu suhlen in dem Elend. Ein, was ein bisschen lustiger ist. Forgetting Sarah Marshall. Oder im Deutschen hies er, nie wieder Sex mit der Ex. Der ist lustig, den kenne ich auch. Der ist, genau, der ist lustig. Also quasi unser, äh, von, äh, How I Met Your Mother, der, 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 der Marshall, der fährt nach Hawaii, weil er irgendwie seine, seine Ex-Freundin da irgendwie zurückgewinnen will. Und sie hat aber schon irgendwie so völlig anderen Typen da. Und er versucht es dann trotzdem irgendwie, ist echt ziemlich sehenswert. Und Platz 1, ähm, High Fidelity, habe ich mir da ausgesucht. Das wäre mein Top-Film für sowas. Wer das nicht kennt, basiert auch auf einem sehr, sehr großartigen Buch von Nick Hornby, was auch sehr empfehlenswert ist, wo ein junger Mann, gespielt von John Cusack, der gerade, äh, eine Trennung durchgemacht hat, denkt sich, ach, Mensch, jetzt hast du jetzt schon wieder eine Beziehung in den Sand gesetzt. Jetzt musst du doch mal rausfinden, woran das liegt. Und jetzt besuchst du doch mal deine Ex-Freundinnen und fragst sie einfach mal, woran das damals lag, dass sie Schluss gemacht haben. Und so besucht er seine, irgendwie, also im Buch besucht er tatsächlich fünf Ex-Freundinnen, mit denen er längere Beziehungen hatte. Ähm, im Film sind es nur vier, das reicht aber auch. Und, ja, er besucht sie dann. Eine davon ist übrigens Catherine Zeta-Jones. Und, ja, ich will mir nicht zu viel verraten, großartig, Jack Black hat eine kleine Nebenrolle, denn, ähm, unser Hauptprotagonist, äh, John Cusack, arbeitet in einem Plattenladen, wo eigentlich nie was geht, wo immer nur irgendwie dieselben verschrobene Typen reinkommen und irgendwie die Platten suchen, die es nicht gibt und so. Und Jack Black, der legt dann immer irgendwelche, irgendwelche Musik auf, ein sehr, sehr cooler Film, kann man eigentlich wärmstens empfehlen. Den kennt ihr aber, ja, oder? Ja, den kennt ihr den. Ich könnte ihn mal wieder gucken, wenn ich jetzt so davon erzähle. Ja, also das wäre mein Top, Top-1-Film. Fällt euch spontan noch was ein? Ich weiß, ihr konntet euch nicht vorbereiten. Napoleon Dynamite. Ja, der passt auch gut. Ja. Stimmt. Der geht auch immer. Und ansonsten, äh, was natürlich dann auch geht, die Top-5, ähm, irgendeine Reihenfolge von Star Wars geht auch immer. Als Trennungsfilm? Ja, da ist auch eine Liebesgeschichte dabei. Wenn man schon so traurig ist. Ja, und, also. Ach so, du meinst diese unerfüllte Liebe mit Bruder und Schwester, oder was? Zum Beispiel, oder die Liebe von Han und Lea, oder wenn du die ersten drei Teile nimmst und was weiß ich was und wo es hinführen kann. Ich liebe dich, ich weiß. Bevor eingefroren wird. Ja, 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 also deswegen, ich denke, da kommt schon ein, also, ist ja die Frage, ob man dann nach so einer Trennung macht, ob man wirklich schwer getroffen und anfängt in Selbstmitleid zu zerfließen oder einfach anfängt weiterzuleben. Ich glaube, das sind ja Phasen. Es gibt Phasen, da passiert das eine, es gibt Phasen, da passiert das andere. Natürlich, vielleicht ist man aber auch total glücklich und guckt irgendwie, oder möchte irgendwelche fröhlichen Filme sehen. Nein, kann ja auch sein. Ja, deswegen, wir hatten ja auch Forgetting Sarah Marshall dabei, Clocks dabei. Ja, genau. Also, das ist quasi unsere Top 5. Auf jeden Fall Kopf hoch. Genau, ich will jetzt mal keinen Namen nennen. Nein, aber auf jeden Fall Kopf hoch und Lebe geht weiter. Alles wird gut. Genau, das Licht am Ende des Sonnens ist der entgegenkommende Zug. Andere Mütter sind auch schöne Töchter. Genau, ja, dann können uns ja die Hörer, wenn sie da noch irgendwie was beizutragen haben zu der Liste, einfach mal in den Kommentaren was abwerfen oder auch Vorschläge schicken für weitere Top 5 Listen, die wir hier mal vielleicht bearbeiten sollen. Und, ja, dann machen wir einfach mal weiter mit den Amazon-Einkäufen über unsere Affiliate-Links hier. So, da muss ich erstmal hier oben klicken, bestätigen. Warum stellt sich das eigentlich hier immer zurück? Ist ja komisch. Ja, mal schauen, wer die Partner-Links genutzt hat auf unserer Webseite und damit den Kinocast unterstützt hat. Das hat zum Beispiel jemand gemacht, der ein HD-Supply-Toslink-Kabel bestellt hat. Achso, ein optisches Kabel für Sound. Lautsprecherkabel, eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft, hat jemand hier drüber gemacht. Vielen Dank auch dafür. Oh, Moment, wo ist das Fenster? Hier, Alpine-Party-Plug, Gehörschutz für Musik und Konzerte. Okay. Nehmen bestimmt auch Lehrer oder so, wenn es jemand zu laut ist in der Klasse, oder? Muss ich das jetzt wieder sagen, damit vielleicht sich jemand meldet zum Testen. Und jemand hat offensichtlich vorbestellt, Solo-A-Star-Wars-Story-Blu-Ray. Ja. Okay. Vielen Dank an alle, die das genutzt haben. Wer uns unterstützen will, findet auf kinocast.net ganz oben. Danke für eure Unterstützung. Diverse Möglichkeiten. Oder halt in den Beiträgen einfach immer die Partner-Links anklicken. Dann haben wir eine kleine Provision davon. Okay. Dann denke ich mal, sind wir soweit durch. Oder habt ihr noch irgendwas? Ich habe noch eine E-Mail bekommen auf letzte Filmrätsel. Ach so, ja, Filmrätsel haben wir ja noch. Siehst du mal. Ich habe kein neues, aber ich könnte das alte auslösen. Dann machen wir erst mal diesen. Rätselecke. Steht das hier eigentlich nicht mehr drin? Sonst stand es immer drin. Wie nicht? Dein Dokument. Jetzt schreibe ich das hier mal rein. So. Ähm, genau. Letzte Woche habe ich einen Film beschrieben und der Rainer hat den geschrieben und hat es auch richtig erraten, denn es war Geister der Vergangenheit. Habe ich noch nie davon gehört, von dem Film. Doch. Ich habe den, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Spielt jemand Bekanntes mit? Äh, muss ich mal gucken. Warte mal. Doch, ob es vom letzten Mal. Äh, nö. Nicht wirklich. Ja. Ja, und dann hatte ich eigentlich ein schönes Rätsel für heute schon vorbereitet und dann kam mir aber der Beschreibungstext so bekannt vor und dann bin ich mal meine Aufzeichnung durchgegangen und habe das bestellt und habe ich letztlich da schon mal beschrieben und dann habe ich nichts Passendes gefunden und dann ist mein Konflikt. du da ein bisschen komisch geworden. Und hast du quasi diesen High-Horror-Film schon mal beschrieben gehabt? Nee, ich wollte, ich wollte Sleepers beschreiben. Den hatten wir schon, das stimmt. Ja, den hatten wir schon. Und wer böse ist, der sagt jetzt, du hast nur Material für ein Jahr. Was hast du gesagt? Wer böse ist, kann jetzt sagen, du hast nur Material für ein Jahr. Haha. Ich kann mich auch nur damit nachrichten, was so im Fernsehen kommt. Ich bin ja nicht böse, ich bin ja ein Lieber. Oh, hier, ich habe einen, ich habe einen. Jetzt muss ich bloß, dann mache ich mal das Filmrätsel. Also ich lese mal die Inhaltsbeschreibung vor. Das ist ein Film, der jetzt an diesem Wochenende hier im deutschen Fernsehen lief. Und genau, wer es errät, schreibt bitte an kate-at-kino-cast.net. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich da eventuell Namen rauslasse oder irgendwelche. Der Ex-Polizist kann wegen seiner Höhenangst die lebensmüde Madeleine nicht davon abhalten, sich in den Tod zu stürzen. Einige Zeit später begegnet er Judy, die Madeleine ähnelt. Ist alles Teil einer Intrige? Ja. So, genau. Schreibt die richtige Lösung. Und jetzt sind wir aber soweit, oder? Habe ich noch was vergessen? Nein. Dann, ja, wünsche ich euch, liebe Hörer, eine schöne Woche. Genießt das schöne Wetter, geht ins Kino, kommen tolle Filme. Genießt das Wetter, geht ins Kino. Genießt das Wetter und geht ins Kino. Oder ins Open-Air-Kino, wo es gibt. Ach, das gibt es ja auch. Ja. Autokino hier bei uns im Endeffekt. Autokino. Ja, vielen Dank an euch, Kate und Chris, fürs Mitmachen. Bis morgen dann. Sehr gerne. Bis bald im Kino-Cast. 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 Bis bald im Kino-Cast.